wenn du dann eine vieler rüstung hast und einigermaßen gute waffe bist du natürlich auch op als chef halt wo bin ich denn hier gespawnt ist aber gar nicht schlecht mit dem ding hier oben drauf warum man hier mal umstellen ich habe keine ahnung wie immer aber nicht auf wood spawn ich habe keine ahnung wo ich bin kein irgendein see alle aber diese hallen dahinten noch nie gesehen was ist das ist bestimmt schon wieder eine andere map oder was bin ich beim sumpf hier bin beim sumpf ne keine ahnung wo hier noch eines bohren kann der zuckte sofort hier war ja schon schon mal die szene dass ich hier gespawnt bin genau einer neben mir also bin dann bis hierhin gelaufen und der hat uns weggemacht erinnere mich da ist also irgendwo hier neben mir ist kann irgendwo anders bohren muss nicht kann da jetzt weiß ich wieso die pizza die pizza gibt es aber ich heute kein essen kriege ich muss mich heute selbst versorgen alter bist du ein schlechter schütze das käffi ist er denn Seh ihn halt nicht, Alter. Wie immer. Wir hassen Skeffis. Ist im Haus, oder? Was ist das denn jetzt für eine Aktion? Was ist das für eine Aktion? Was ist das für eine Aktion? Was ist das für eine Aktion? Am Anfang hat er mich nicht angebrüllt, hat er gleich geschossen. Was ist das für eine Aktion? Das bringt uns auch gar keinen Slot mehr, oder? Hier. 4. Und unten die. Ich habe keine Ahnung. Kann man da rumrennen? Nee, ne? Das ist bestimmt ein Mapende hier, oder? Das mit der Brücke. Ist das der Ausgang, oder was? Dann heißt es ja, da wäre das Dorf. Was haben wir denn überhaupt hier? Rückenextektion. Muss der Car Exit sein, ne? Ich würde heute ganz gerne ins Dorf gehen und ein bisschen looten. Verschleinflus! just Ich komme aus drauf und bleibこれ. Sjidね. Alter, dein fucking Ernst? Verschwinden die Busse im Busch oder was? Ich weiß nicht, was das andere war, was er uns geschossen hat. Mäh, 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 mäh. Oh, da sind wild gewordene Skeffis hier. Ja, ich sehe eh nichts da hinten hin. Alles mit Büsche voll hier. Gucken wir mal, ob hier da drauf ist. Bin mir da noch nicht so sicher. Naja, sind die Containerdörfer hier alle? Na, da werden wir erschossen, oder was? Ja. 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 Ja, was er? So richtig gehört, oder? Guck mal, ich sehe dich nicht. Wehe, du brauchst mal Skeffis auf Wurz, Alter. Oh nee, Junge. Kleiner Pack. Ja, bestimmt ist es Gäbsch wieder. Von Netschen los hat er, kann man sein. Egal. Egal. Wir werden hier auf nichts Rücksicht genommen. Alles wird weggenagelt. Wir müssen hier unseren geilen Rucksack vollkriegen. Wir haben hier eine Mauerausbeute hier. Ich habe übrigens keine Ahnung, wo ich bin. Also ich weiß, wo ich bin, aber ich habe keine Ahnung, wo das auf der Map ist. Ich kann den Sumpf nie zuordnen, wirklich. Die Skeffis rennen aber alle in der geilen Neuen Weste rum. Ja. Nehmen wir alles kalt mit. Nightmare 1986. Moin. Willkommen. Danke für den Follow. Glück auf. Ach komm. Kekse. Was sage ich hier los? Ich bin der Neue. Servus. Okidoki. Also ich meine, ich weiß, wo ich bin. Da ist ja auch der rote Turm. Da haben wir ja auch schon immer ein paar Fights gehabt. Da können wir nochmal gucken gehen. Wegen Muni vielleicht. Papa. Hauen wir uns gleich rein. Man muss sich auch zwischendurch mal ein bisschen stärken. So ein paar Plätzkes würde sich komisch anragen. Nehmen wir das raus hier. Ah, hier waren schon immer so viele Skeffis, ne? Wir haben ja letztem auch hier. Ich schau gerade parallel an YouTube Video und hab so deinen Kanal gefunden. Und freut mich dich kennenzulernen. Grüße aus Hamburg. Ja Moin Moin. Ne? Oder wie sagt man in Hamburg? Schöne Grüße zurück. Freut mich zu lesen. Oh. So. Die Befürchtung, dass uns gleich noch irgendein Skiffi Kopf Auge gibt zur Rache. So. 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 der sound sind aber auf jeden fall wieder besser müssen wir uns hier unten rein safen das game sieht nicht nur geil aus das game ist auch mega müssen wir auf pvp shooter gedöns steht so der skeffi ist mit sicherheit noch nicht tot jedoch wird es einfach mal ein bisschen was finde wo ich weiß wo ich bin hier war schon einer hat schon einer gelootet ich weiß ungefähr wo ich bin also normalerweise wenn da der sumpf ist und wenn ich weiter links gehen würde ich zum dorf kommen und rechts komme ich zb 14 meine ich so grob jetzt da ist halt was wollen wir ja habe ich doch dann richtig gesagt links kommen wir zum dorf und rechts zb 14 weil wir können natürlich auch auf sägelwerk gucken gehen problem ist halt dass ich gleich umgekehrt hier neuer trick den ich gelernt habe kannst du rein suchen kannst dich trotzdem umgucken ganz ganz zu viel hackmack für mich natürlich irgendwas war da gerade ich weiß nicht ob es ein schuss war ein step so wir haben zb 14 außenbezirke oder brücke brücke ist mit auto oder so hallo cheffe kurz da und jetzt arbeite ich mal weiter kuiper servus danke für dein visa 17 monate alto beddy fast anderthalb jahre die zeit rennt ich danke dir vielen lieben dank ja aber ich gehe richtung äh außenbezirke ich glaube brücke gedöns ist mit auto ich bin mir nicht sicher ob das andere straßensperre auch ruhe auf gedöns deswegen gehen wir hier richtung außenbezirke gehen wir zb 14 können gleich mal auf den sniper berg gucken wenn ich vorher uns guckt ich habe gerade schon wieder was da gehört weiß nicht ob da einer rumläuft oder muss auch gleich arbeiten creeper also von daher aber ist ja wochenend ist ja letzte schicht heute so 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 ehre ehre brudi ehre sind hier nicht auch die lager jetzt ich glaube hier ist ein lager ich gehe mal hoch wir gucken mal ob wir noch ein bisschen action finden oder ob wir gleich einfach kopf auge kassieren naja sind wir bei dem lager aber so 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 Ich wundere mich ein bisschen. Scheiße. Wodgörer, gib mir eine Wodgörer. Ich habe keinen Platz. Aha, hier ist gelootet. Ich brauche nur halbherzig hier. Eieieieieieieieieie. So viel Zeit muss sein, wa? Können natürlich erstmal was snacken. Hören tue ich halt gar nicht. Das heißt ja nicht immer was. Milch habe ich gerade schon gesehen. Könnt ihr gar nicht eure Pistolen-Dinger machen hier. Oh mein Gott. So kann wohl auch keiner... Du 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 du. Ähm, weiß ja was. ok irgendwo kommt man doch hier noch was ist denn los mit der Wodka jetzt wenn man mal Nahrungsmittel braucht ja wir sollten uns langsam richtigen Ausgang machen wir werden gleich nicht mehr viel sehen dass es dunkel wird SA ich glaube das Ding ja auch jetzt nicht so naja komm können wir noch mitnehmen ich komme ich gehe hier lang zurück ich weiß nicht ob da vorne sind glaube ich Minen ey hier sind auch Minen ne was juckt eigentlich mehr klar juckt alles den geizig in dem Spiel jeder verlorene Rubel juckt mich ich bin im D-Live nicht geizig ich bin im D-Live nicht geizig das ist auch ne scheiß Stelle hier ne Sieh mir schon ein bisschen schwer, oder was? Ja, wie immer. Ist da ein Visier drauf? Nein, tschüss. Okay, von da nach da. Ob ich jetzt schon an den Felsen hier, oder was, mit den Kisten? Ei, ei, ei. Okay, dann bin ich jetzt im heißen Pflaster schon. Wollt eigentlich ein bisschen anders laufen. Das soll ja jetzt auch tun werden. Oh, er regeneriert halt null Auerstower, ey. Ruppdi-Ruppe. Ja, hier wollte ich lang. Frage ist, ob der überlebt hat, auf was er da auch geschossen hat, ja. Das war so Richtung Bunker. Kann aber einfach nur ein Skiffy gewesen sein. So viel dazu, dass die Skiffys nicht schießen, ne? Natürlich ist der scheiß Bunker dicht. Ich bin trotzdem mal kurz runter. Sind ja nicht zum Spaß hier, ne? Also, so viel kannst du gar nicht essen und trinken, wie es hier gibt. Womit impfen die denn? Gibt ja nichts zum impfen. Oh, ist das Zinniger oder was? Du, 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 du. Wow. Wow, wow, wow. Ich weiß nicht, ob der wird kann. So, wie lange haben wir denn noch? 17. So, der Skiff kann uns natürlich jetzt richtig auf den Bommel gehen. Wir werden den wahrscheinlich schlecht spotten können hier im Dunkeln. Das war auf jeden Fall gerade auf der Seite vom Zaun. So, der ist auch, ich habe schon mal gemacht. So, ich habe jetzt eben eine Strecke Station. Es gibt einen Schologen-Bappel. da einzuschügel. So, der ist auch ein Strich. Ich habe einen Schügel. Wir haben dann schon mal ein Schügel. Ich habe schon mal zu einem Schügel. Ich habe noch einen Schügel. Ich habe da, ich nehme mal zu drücken. Das wäre soz, ich habe zu tun, in ein Schügel war. Böner ist das Haus. Einfach weiter los. Im Dunkeln ist gut munkeln. So, irgendwo muss das Auto hier stehen. Die Schilder. Habe ich irgendwas gesehen? Ist das die Karre? Ich hoffe. Ich und dieser Ausgang. Das Zeug muss ja weg. Das Zeug darf aber keine haben unter 60. Und keiner über 65 oder so. Also von daher. So einmal angefangen. Muss ja schon wieder pinkeln gehen. Dann nicht mehr erläutert. Dann bier mal auf. Und dann bier totalmente teilen. Dann wäre es gut.